Do you wanna know a secret? Die Aneignung des Artefaktes sollte der Liga einen weiteren Schlag versetzen. Und der Verkauf an Partys Bildwesens von jüsen Kontrakten sollte neue finanzielle Mittel einbringen. Ja, das klingt doch gut. Mission Nummer zwei, die Gesetzlosen. Auf geht's. Dieser alte Außenposten dient nicht gerade nach was Besonderes an. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Die Liga-Ingenieure sind hier nicht umsonst schon seit Monaten am Graben. Siehst du diesen Kram? Sie wollen das Artefakt, das sie gefunden haben, von diesem Planeten wegschaffen. Da brach mir doch einer ein Merkling. Siehst du, du musst manchmal ein bisschen mehr Vertrauen haben, Jimmy. Na dann, verfassen wir der Liga mal einen Weckruf. Machen wir die Basis zu Kleinholzer und holen das Ding da raus. Ja, dann machen wir das doch mal. Der Plan ist ja fertig. Und wir sind jetzt die Gesetzlosen. Zumindest ist das der Name unserer Mission. So, fangen wir an. Und ihr baut alle nicht schon ab. Schlechte Neuigkeiten? Haben wir gleich schon so etwas für Spinas. Commander, weitere Tutorials sind für Sie bereit. Besten Dank, aber ich spiele immer noch ohne Tutorials. Es ist nicht mehr Spaß. Wir brauchen viel mehr Space Marines, bevor wir den Liga-Außenposten angreifen können. Sie werden in der Kaserne ausgebildet. Wo wir schon dabei sind. Mit mehr BBFs können wir die Mineralien schneller einsammeln. BBFs werden in der Kommandozentrale ausgebildet. Alles klar. Gut. Jetzt fährt er. Direkt mal ein paar Arbeiter rein, dass wir hier oben schnell das Gas zusammenkriegen. BBFs einsatzbereit. Wir haben schon zwei noch ein und packen, dass wir auf das Mineralien-Feld. Okay. So, dann wollen wir das Techno-Busher machen. Nachwohnung, dass wir das können. BBFs bereit. Letzt haben wir. Dann haben wir das nicht aufwendig. Das sind bestimmt schon die Tutorials, aber die brauche ich ja nicht. Also ich brauche es nicht, aber ich spiele es lieber ohne. Hier oben ist das Lager. Der Gegner. Zumindest sitzt er da noch aus. BBFs einsatzbereit. So. Das ist auch gleich fertig. Ja, jetzt haben wir hier schon zu viel. So. Super. So, haben wir gewonnen. Nur zu. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. 100.000 Kilo. Das ist okay. Okay. So. Aber sicher. Auch schon ordentlich. Jetzt passt das an 433. Alle anderen Kinder. Ich bin nicht genügend Mineralien. Jetzt geht das wieder mit dem Mineralien. Hier komme ich. Unser Ziel ist, zerstören sie die Basis der Liga. Ja, das machen wir. Gut. Nein-Tutorial-Zauber-Besorgungs-Depot möchte ich auch nicht singen. Der macht fleißig einhalten. Der macht fleißig Besorgungs-Depots und die bauen jetzt alle fleißig ab. Also ja, das ist ja schon am Bauen. Durchgeladen und entsichert. Und noch ankommen. Die 50-Mineralien. Super. Direkt das Licht an. Direkt das Licht an. Nicht genügend Mineralien. Das hätte ich mir denken können. So. Das heißt, die bauen jetzt schon wieder ab. Nicht genügend Mineralien. Das macht dann auch doch echt wahnsinnig. Träger ist ein Versorgungs-Depot. 100 machen, das war das. BBS einsatzbereit. Direkt ordentlich. Ja, ordentlich machen. Dann kann man sich auch nicht zubauen. So. Dann müssten wir jetzt eigentlich nur noch die Space Marines rücken und das Sanitäter ausbilden. Ja, aber hauptsächlich wahrscheinlich Space Marines rücken. Das geht mir jetzt mal von aus. Zwei Einfälle noch. Super. Zählen haben wir schon. BBS einsatzbereit. Jetzt geht's los. Jetzt ist es schief gesetzt. Nein, ist egal. Jetzt mal an. Kann man das umzustören? Mach so mehr. Super. Ja, jetzt ist es ein bisschen pingelig, aber ich mach's lieber ordentlich. So. Dann gehen wir jetzt. Dann mach ich noch nichts weiter her. Vielleicht baue ich noch eine zweite Kaserne. Aber ich bin mir nicht sicher, was zieht los. Kommander, die Liga greift ihre Wellenbasis in die Posten auf. Gut. Ja, dann drück ich hin. Dann scheit uns die Liga vom Hals. Diese Leute brauchen unsere Hilfe. Die Leute brauchen unsere Hilfe. Ach, die Leute brauchen unsere Hilfe. Ja, extra Ressourcen. Das ist immer gut. Extra Ressourcen. Warum nicht? Hier komme ich abmarschbereit. Wird gemacht. Extra Ressourcen. Immer mit der Ruhe. Wie schmeckt euch das? So. Verstanden. Hier wird wirklich schon wieder geschossen ohne Ende. Aber gut. Was haben wir jetzt hier? Ah, extra Soldaten. Und wieder Ressourcen. Wir dürfen alles einsammeln. Sind wir froh, euch Jungs zu sehen. Wir sind auf eurer Seite. Sagt einfach, wo wir uns aufstellen sollen. Willkommen an Bord, Jungs. So, ist noch nicht. Rainer ist der Größte. Jetzt hat die Kaserne. Das ist immer so. Es sind Rainer, Jungs. Ich stehe mir direkt hier zu. Dann passt das. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Naja. Das knelt schnell der Arm. Dafür wollt ihr Hilfe haben? Worauf soll ich ballern, Sir? Lieber auch nochmal sicher gehen, anstatt, dass die ganzen Soldaten sterben. So. Durchgeladen und entsichert. Und eine zweite Kaverne einfach mal. Ich weiß nicht, dass ich ein bisschen brauche, aber... Ja, das ist gut. Dann haben wir jetzt hier. 25 haben wir jetzt hier. Das ist doch eigentlich schon ganz gut. Ich stehe mir ein bisschen alleine. Aber... Los, 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 los! Abmarsch bereit! Auch echt jetzt? Die nächste auch noch. Bereit machen, Jungs! Die erste ist halt einfach so dahin gelaufen, aber... Naja. Ich kann hier aber diesen Strahl hinzusetzen. So. Und auch wieder direkt dann... Weil wir nicht hier drüber laufen. Das ist doch... Okay. Lasst uns rausgehen und sie fertig machen. Wir müssen diesen Bereich säubern. Ja gut, dann nehmen wir direkt alles mit, was wir haben, und laufen da mal hin. Die bösen Jungs sind da runter! BBS bereit! Ich weiß nicht. Ich muss noch mal... Wir werden denn noch hergestellt. Einer hier noch. Hier da kommen... Hier auch zu einem... BBS einsatzbereit! Wir können auch einen Versorgungsdekopper machen. BBS einsatzbereit! Und das BBS haben schon alles. Das wäre es, was mit den Rebellen hier. Okay? Gut. Dann müssen wir jetzt... ...mal das Lager stürmen, einfach, denke ich. Einer, dass ich die Leute das Schifte erreichen. ich glaube der eine dahinter passt schon das war jetzt nicht wirklich viel Widerstand aber aber sicher immer noch etwas mehr diesen Bunker auszuräuchern war sauber Arbeit Jimmy ja dann machen wir das Lagerplatoch mit der Menge hin aber das denke ich nicht so, wie lange wird es klappen in Ordnung aufstehen freu mich schon drauf da sind noch mehr Gegner jetzt sind das Hauptgebäude sieht doch super aus lagern wir das ganze Lagern für das Hauptgebäude so so brutal muss er jetzt auch nicht sein war wohl Krieg ist Krieg wie kaufe ich mir aufstehen aufstehen sehr gut ohne ihre Kaserne und die Fabrik müssen wir nur noch die letzten Nachzügler erledigen und dann heißt es ab nach Hause wir haben bereits auf ja super super ja das war's Mission Nummer 2 die Gesetzlosen ich hoffe wie immer dass euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal